Willkommen zu einem weiteren Video meine lieben Freunde, heute spielen wir eine Runde Pokemon, ne ich wollte schon Go sagen, wir spielen Pokemon Battle Revolution meine lieben Freunde, ich habe nämlich ein kleines Konzept überlegt, das heißt, wir werden jetzt in Pokemon Battle Revolution die Colosseum Modis durchspielen und ihr könnt mir dabei ein paar Pokemon Sets zusammenstellen, heißt, ihr werdet jetzt alle ein Pokemon von Gen 1 bis Gen 4 ist es glaube ich, in die Kommentare schreiben und ich werde dann 6 Letmots picken und daraus ein Team bilden, um dann hier im Battle und im Pokemon Battle damit anzutreten, ich habe jetzt für den ersten Part schon was eingebaut und wir fangen mit Main Street Colosseum an, würde ich sagen, im ersten Part und ja, wir challengen das mal und Level 30, Rule Open, Single Battle, Confirm, wir gucken einfach mal, was wir hier so machen können, ich greife echt fast gar nicht mal an das Spiel, ich habe auf jeden Fall früher sehr viel Zeit mit dem Spiel verbracht, muss ich sagen, weil ich einfach, das Spiel geil fand, ich habe jetzt zum Beispiel ein Team aus Blitzer, aus Frosted hier, aus Schwalboss, aus Welsa, Makago und einem erwischt, was ich meine, Kribotag und das Ding ist halt jetzt einfach, passt auf, ich habe mir jetzt ein 100% Saveset runtergeladen, weil man kann sich hier die Pokemon halt nicht mehr draufziehen, weil die WiFi Connection dauer ist, deswegen muss ich mir ein 100% Saveset holen und deswegen ist es hier auch alles auf Englisch, aber wir versuchen das hier halbwegs, naja, krass hinzubekommen und ich habe einfach Bock ein bisschen hier zu Battle, meine lieben Freunde, ich weiß nicht, also ich liebe Pokemon, oh, 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 ein Pinsir, ein Scaraborn, Arcani, Blissey, Ludicudo, Executor, das könnte ein harter Gegner werden, äh, womit lieben wir jetzt am besten? Makago könnte halt, das Executor, das Heracross, das Pinsir ausnehmen, ist kein Ding, ja Ludicudo könnte, ja komm, setzen wir ihn mal hin, im Schluss fahren wir ihn noch dann Ja, mal gucken, ich glaube, das ist, oh, 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 fuck, ich habe, ich fand nur drei Pokemon auswendig, trottel Oh, ich hoffe, dass er für die, für die zwei Käfer und dass es eine Pflanzbogen gegangen ist, das wäre mies geil Aber naja, hier kann ich auch wieder meine Competitives, ähm Oh yeah Yeah, Solo Gang Katie Kann ich vielleicht eine Competitive, oh genau, die bist, man Das war ja natürlich jetzt so typisch, typical So typisch, so typisch, fuck it, das war so klar, dass er genau das Pokemon wählen muss, was ich nicht haben möchte So mies, ne, was wollte ich sagen, ich wollte sagen, ähm, hier kann ich vielleicht meine Fake-Out, entweder mein Item loswerden Was habe ich denn drauf, ich habe, glaube ich, äh, Überreste drauf, ne Habe ich, was habe ich denn drauf, entweder ich habe, ich habe, ähm, Überreste drauf, oder halt den Fokus-Gurt So, das zieht auf jeden Fall sehr viel Damage aus, ich habe halt hier, auf jedem Pokemon entweder Überreste oder halt Fokus-Gurt drauf, das ist automatisch, oh, fuck, das den killt uns fast Äh, deswegen, hoffentlich trifft der Thunder Wäre auf jeden Fall sehr nice, weil Das sieht nicht so aus, oder? Nein, er misst, okay, er muss chartern, das heißt, wir haben noch eine Chance hier Komm, bitte, trifft den Thunder jetzt Nice one, nice one Und das Ding ist damit official down So, oh mein Gott, ich finde die Grafik so edel von dem Spiel, das müsst ihr eigentlich einfach mal geben Die Grafik ist so edel Und ich finde das Game einfach so krass nice Deswegen, wie gesagt, schreibt mir 6 Popum von Generation 1 bis 4 in die Kommentare und ich werde damit versuchen zu spielen Ähm, ich würde sagen Wir sind schneller als Chancy, äh, Chancy, das ist ja schon Blissy Und deswegen, dann gehen wir nochmal für einen Thunder Sollte, okay, halbwegs viel Damage machen Oh, fuck, fast gar nichts, okay Das Altera ist halt Was hat, oh shit Oh Scheiße Scheiße Was macht hier denn das als Hera Nein, er hat Überreste Oh, checken wir mal die Moves Wir gehen für den Blizzard, würde ich sagen Wir könnten es einfach so zu vereisen mit Blizzard Wäre auf jeden Fall eine mega nice Sache, wenn wir damit treffen Weil Nein, er trifft nicht Er wollte Attack Oh, das ist ein Und Sandstorm Hä? Das bringt ja selber nichts, Chancy Du wirst selber von dem Sandsturm getroffen Muss man das ahnen, was er da vorhat? Ich weiß jetzt nicht, was er da jetzt versucht Ähm, okay Es wäre nice, wenn wir jetzt diesmal mit Blizzard treffen Wir sind, wie gesagt, schneller Und wenn Frosted hier den Blizzard auch trifft Und wir vielleicht den Freeze bekommen Wäre das fucking nice Weil so viel Damage machen wir nicht Oh, das ist jetzt soft Oh, als ob er sich aufheilt, ey Fucking endlich haben wir es besiegt Nachdem ich zweimal seine Spezial-Defensive senken musste Meine Spezial-Attack-Rosen musste Alter War das ein fucking harter Fight Ich habe jetzt 22 Minuten lang aufgenommen Für einen fucking Fight nur Continue Alter Hat mich das abgefuckt Das war echt nicht nice Jetzt gegen Jonas Alter Scheiße Gardevoir Nachtara Granbull Snorlax Snorlax Ne, nicht Am Riffle-Gardevoir reicht es Am Riffle-Gardevoir Am Riffle-Gardevoir Am Riffle-Gardevoir Am Riffle-Gardevoir Am Riffle-Gardevoir Ja, mit dem Krabhammer Sollten einige, glaube ich, auch relativ zufrieden sein Heißt, ihn nehme ich mit rein Dolchion, ein gutes Pokémon eigentlich Sollte man auf jeden Fall mit reinnehmen Und ich glaube, Schwalbos Kann auf jeden Fall auch zu gebrauchen sein Ich hoffe, wir schaffen das hier Ähm Ich hoffe, dass dieser Kampf jetzt nicht so schwer wird Wie der letzte Der letzte war echt mega der Abfuck Naja, das war echt Nicht gerade geil für mich Muss man sagen 22 Minuten lang an einem fucking Hytera zu sitzen Was mega abfuckt Also wir haben einen perfekten Lead Wir haben einen perfekten Lead Das heißt, wir gehen für den Crunch Und er geht raus, oder? Naja, bleibt drin Er geht für den Shadow The fuck? Was ein Missplay Du bist, glaube ich, sogar One-Hit, oder? Du müsstest One-Hit sein mit dem Crunch Sogar Crit, Alter Okay, One-Hit, Gardevoir ist weg Gardevoir ist fucking weg Gardevoir ist fucking weg Das ist krank Umbreon Sollte auch kein Thema sein Für unser fucking Krebo-Tag Alter Das ist ein nice Äh, nice one Das zieht Obwohl Umbreon sich wieder heilen kann Wenn er so ein richtiges Move-Set spielt Und setzt der Schneider ein Weißt du, wir hatten eben das Todes-Hytera-Move-Set Was uns weggebumst hat Was uns so richtig ausgestallt hat Was unsere AP ausgestallt hat Und jetzt kommt ein fucking Umbreon Ein fucking Umbreon Mit der Schneider Mit der fucking VM Willst du mich verarschen, Trainer? Also ich fühle mich gerade echt verarscht Muss ich gerade ehrlich sagen Äh, okay Ich sag nichts dazu Ich sag nichts dazu Das ist echt Alter Die fucking Citrus-Beere Wie viel die gehealt hat Und wieder zur Schneider Aber er macht auch Damage Der Zerschneider, ne? Okay, jetzt Ne, das war Das war, glaube ich, gar kein Damage gerade Also das war nicht der Rede wert Habe ich anders in Erinnerung Dass er ja ein bisschen mehr Damage macht Okay Heißt, wenn wir das noch ein Hit reinhauen Mit dem Krabhammer Dann ist das Umbreon auch weg Easy Easy peasy lemon squeezy Das heißt, das Ding ist schon mal weg Dann ist die Frage natürlich Was hat Warte mal Wir haben ihn gerade outspeedet? Hä? Was zur Hölle? Was soll er einsetzen? Okay Okay Ein Snorlax Pass auf Wir machen jetzt mal den Komm, wir machen jetzt mal den miesen Move Wenn er trifft Scheiße Er setzt einen Body Slam ein Aua Das wird wehtun Das tat auch Weh scheiße Hätte die Guillotine getroffen, meine lieben Freunde Hätte die Guillotine getroffen Das wäre nice gewesen Äh Ich würde sagen Wir gehen Wir shiften ihn rein Setzen einmal die Paralyse ein Weil ich schätze Dass wir eigentlich das Sinnvollste was jetzt machen können Immer schön zu paralysieren Damit er uns jetzt nicht auf den Piss geht Ja, es kann nicht moving Perfekt Das heißt, wir gehen jetzt für den Thunder Weil es einfach den meisten Damage macht Und es macht motherfucking viel Damage So ein scheiß Joy-Joyon ist halt echt Nein Das wird auch Damage machen Fuck it Aber durch den Fokus-Sash haben wir überlebt Okay Okay, wir haben durch den Dank dem Fokus-Sash haben wir überlebt Die Fassade macht halt sehr viel Damage Nein Wir tre... Bitte paralysieren Mann Wir werden down gehen Wir werden down gehen Wir kriegen das Ding nicht down Das wird uns jetzt die Fassade ausnehmen Scheiße Ich hab mich selber rausgefickt Ja, ich hab mich selber rausgefickt Die Fassade wird uns jetzt ausnehmen Das kriegt auch das fucking Schwalbus nicht hin Wenn er eine Fassade überlebt Kann ich ja Endeavor einsetzen Ich hoffe, dass ich auf das Ding den Fokus-Sash drauf habe Wenn ja, dann kann ich Endeavor einsetzen Und das Ding... Oh, das sollte sogar noch einen Oh Ne, das war's dann Ja, das war's für meinen Für meinen, äh, fucking Schwalbe Oh man Das war so ein Kack-Fight Das war so ein Kack-Fight Das ist nicht normal Scheiße Ich hab's mir selber versaut Ich hab's mir selber versaut Okay, wir haben zwei Battles gehabt Einmal gewonnen, einmal verloren So, und jetzt könnt ihr mir Wir werden jetzt versuchen Alle Stages mal gespielt zu haben Wir werden es wahrscheinlich nicht durchspielen können Das ist mir klar Weil ich einfach zu krank scheiße dafür bin Und wir halt auch ein krasses Level hier haben Muss man sagen Heißt, wir werden jetzt im nächsten Kampf Mit den Pogern, die ihr mir in die Kommentare schreibt Das, äh, ein anderes Kolosseum machen Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben Was für ein Kolosseum ihr am liebsten haben wollt Es gibt ja hier genug Kolosseums Ein bisschen englischen Namen dazuschreiben Damit ich das alles so ein bisschen übernehmen kann Deswegen, Leute Schreibt mir euer Team Was ihr haben wollt In die Kommentare rein Bzw. ein Popo, was ihr haben wollt In die Kommentare rein Und dann schreibt mir in die Kommentare Noch, welche Stage ihr haben wollt Bis zum nächsten Part Bis dann Und schau, Leute Euer Solo Haut rein